Der Halb muss jetzt für mich sein. Können wir noch ganz hinten gehen? Im Auto und ich, da sind wir mittlerweile im Fernsehen. Wenn die Leonie fährt und zurücksetzt, sitzt sie so im Auto. Wenn ich das nicht in der Hand habe und das Auto fährt zurück und ich habe dann keinen Einfluss drauf. Ich bin schnell gefahren. Hier konnte ich. Was für eine tierische Stufe hier. Das ist eine Bergetaffe. Kommst du denn her? Ich muss nach hinten. Ich habe kein Trikot. Ich muss ganz nach hinten. Komm, tu mal ein paar Rote hin. Mit der eigenen Kamera. Wem sind die Güter? Ich kann nicht grenzen. Scheiße. Wie war das denn, Oma? Der Bremsverkehr. Der früher bremst den Dinger an. Jetzt geht's auf die Brücke. Lecker riecht's ja. Eine Brücke kommt. Eine Brücke kommt. Ohhhh. Ohhhh. Hier drin ist es sehr glattig. Sehr glattig hier drin. Ich mach glattig. Uuuuhhh. Liederbahn. Uuuuhhh. Geil. Geil. Dann wäre es ruhig über Mainz. Geil. 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 Musik Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Oh, das geht gut. Ich bin ein ganz netter, freu mich an mir. Von Natur aus. Wie hast du? Ja. Ein bisschen gängig. 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 Ich habe keinen Gängige. Das ist schon wieder Säckflasche. Das ist schon wieder Säckflasche.